Musik Und jetzt seid ihr gefragt. Bei Tom kocht. Wird nur mit Originalzutaten gekocht. Was wollt ihr also als nächstes? Spaghetti Bolognese? Die leckere Corned Beef Pfanne? Oder den durchsichtigen Tod? Bohle. Nur mit klaren Sachen. Postet, was ihr wollt. Jetzt. Den Post könnt ihr euch sparen. Ich hab mich entschieden. Ihr werdet es lieben. In diesem Sinne... Fresse oder stirb! Sous-titrage ST' 501